Hi und herzlich willkommen zu meinem Red Boss Guide zu Senat im mythischen Modus. Ja, wie immer zunächst ein kleiner Überblick über die Änderungen, die uns in Mythic erwarten. In Mythic ist es folgendermaßen, wenn ein Spieler von den kleinen Spinnen-Explosionen getroffen wird, bekommt er einen stackbaren Debuff, pro Stack wird der Naturschaden um 300% erhöht. Das heißt also, wenn ihr euch zweimal von so einer Explosion treffen lässt, seid ihr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit tot. Im Übrigen ist es so, dass der Debuff vom Netzpool stehen nun eine Minute hält statt 30 Sekunden und man wird bereits bei 8 Stacks eingesponnen bzw. betäubt. Bedeutet also, wenn die Stacks zu hoch sind, muss man mit Explosion von den kleinen Spinnen-Debuffs das entsprechend resetten. Und ja, ansonsten lässt der Boss hier noch zusätzliche Tornados spawnen. Das ist so aus meiner Sicht die Mainänderung. Bei Kontakt natürlich Knockback, größere Gefahr also von der Plattform runter zu fliegen. Und die Treppen nach oben sind vollständig mit Schnee bedeckt, was euch slowt und moderaten Schaden zufügt. Ja, ansonsten ist der Bosskampf relativ straightforward, so wie auch schon im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad. Also optisch ändert sich da relativ wenig. Wir stehen hier wieder am Anfang unten. Es kommen die ganzen Eisflächen. Alles macht natürlich mehr Schaden. Man hat hier diese zusätzlichen Tornados. Wenn man hier spreaden muss, muss man auf jeden Fall auch so stehen, um auf gar keinen Fall von einem zweiten getroffen zu werden. Und im mythischen Modus ist natürlich umso wichtiger, gerade auch für die Mellies, dass die Netzpools entsprechend so abgelegt sind, dass man nicht runterfliegen kann. Und im Übrigen die Klassen, die hier mit Blink- oder Teleportfähigkeiten vor allem heranziehen, was natürlich in der Sequenz auch im mythischen Modus noch mal stärker ist, als in den Schwierigkeitsgraden davor, um das entsprechend dann damit zu negieren, beziehungsweise das runterziehen aufhalten zu können. Ansonsten ist es hier, die Treppen sind voll mit Eis bedeckt, was natürlich schwieriger macht, hier den Aufstieg zu schaffen. Umso wichtiger ist, dass ihr zumindest einen Warlock im Rate habt, der entsprechend bei den Treppen immer einen Gateway stellen kann. Diese einzelnen Abschnitte dauern ungefähr auf zwei Minuten. Also hat man auch gewährleistet, dass das Gateway für jedermann nutzbar ist, wenn der nächste Aufstieg ansteht. Insgesamt muss man drei Aufstiege bewältigen. Dann ist man, wie gewohnt, ganz oben auf der Endplattform und kann den Boss dann entsprechend finishen. Ja, diese Spinne, die hier spawnt, die hat natürlich auch im mythischen Modus, haut die deutlich mehr Schaden raus, weswegen die große Spinne natürlich auch entsprechend von diversen Klassen gekleaft und gefokussiert werden sollte. Da muss, wie gesagt, dann geguckt werden, wie der Schaden in eurem Rate ist, was für Klassen ihr dabei habt und welche Klassen ihr da draufstecken könnt. Und jetzt hier, die große Spinne ist jetzt relativ in Time gestorben. Ich als Warlock orientiere mich schon wieder nach vorne, weil man sieht es hier in der Big Wix Casper, der nächste Aufstieg, der nächste Ascent ist in 1,5 Sekunden. Das heißt also, jetzt muss das Gateway gestellt werden. Kurz danach kommt wieder das Randziehen. Also das muss man auch entsprechend dann timen. Also die Schwierigkeit liegt so ein bisschen darin, gerade auch als Warlock hier so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wann muss ich vorlaufen, wann muss ich das Gateway stellen, wann habe ich ein Zeitfenster, um das in Ruhe machen zu können. Ist alles ein bisschen nervig, muss man alles ein bisschen einspielen. Aber wenn das einmal drin ist, dann sollte das auch kein Problem sein. Also die Timings sind hier schon teilweise echt tough und sehr unbequem in den Kombinationen. Das ist eigentlich, wie gesagt, dann die Schwierigkeit, die man im mythischen Modus entsprechend handeln muss. Da kann man jetzt guide-technisch auch relativ wenig zu sagen. Das muss man einfach dann selber spielen und je nach Klasse für sich dann halt herausfinden, wie kann ich am besten, in welcher Situation, was entsprechend ja gamen und negieren im Zweifel, wenn dort irgendwelche Schadensspitzen reinkommen. Gerade natürlich auch dadurch, dass der Debuff, ihr seht hier, eine Minute hält von diesen Netzen und man schon bei 8 Stacks eingesponnen wird, muss man auch da entsprechend ja darauf achten, dass man da nicht zu viel in diesen Netzpools drinne steht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt kommt hier gleich der dritte Aufstieg. Und ja, bekomme ich unten nochmal ein Web. Wäre besser gewesen, wenn ich nach oben gegatet wäre und das da abgelegt hätte, weil, wie ihr gleich sehen werdet, werde ich sterben, weil ich ein bisschen in Verzug bin. Also wir haben es immer so gemacht, dass zuerst die ganzen Caster nach oben gaten. Kurz danach ziehen die Midis dann halt nach. Ich bin jetzt, wie gesagt, in der Midi-Gruppe leider gelandet, weil ich bis dann geslackt habe und zurückgefallen. Und ja, durch den Umstand, dass ich jetzt auch noch in einen Tornado eingelaufen bin, bin ich hier zurückgenockt worden, war out of range von allen Healern und bin an der Stelle hier jetzt gestorben. War natürlich ein bisschen unglücklich, sollte euch nicht passieren. Glücklicherweise wird man dann nach oben teleportiert, wo man nochmal gerätzt werden kann. Und ja, jetzt hier, wir hatten den Boss ungefähr bei 35%, wo wir auch auf der obersten Plattform waren. Das sollte so ein bisschen die Benchmark sein, die ihr benötigt, um den Boss dann auch am Ende legen zu können. Denn ja, P2 ist dann im Endeffekt ein kleines Damage Race. Was man hier sieht ist, was man machen sollte, man sollte hier in der Mitte immer so eine Safe Lane freilassen. Ja, ist jetzt bei mir hier nicht so schlimm, weil die ersten Flächen, wie ich es auch schon im Eroschen-Guide erklärt habe, die soakt man sowieso einmal weg, um hier einfach den Platz dann zu haben. Und von daher, gut, die eine Fläche, die ich hier ablege, die ist jetzt in Ordnung, weil ich die gleich weg mache. Aber für den späteren Verlauf sollten die Flächen immer hier nach links und rechts außen abgelegt werden, um halt, wie gesagt, hier diese Safe Lane für den Raid freizuhalten. Das ist so das Wichtigste, was es eigentlich zur zweiten Phase zu sagen gilt. Ihr seht's hier, einmal kurz reinlaufen. Ja, und dann entsprechend nur noch runterspielen. Ja, der Boss ist einfach, ja wie soll ich sagen, ultra nervig. Also ich kann mich selten daran erinnern, schon mal gerade im mythischen Modus so einen nervigen Boss gespielt zu haben. Also dieser Umstand hier, dass man auf diesen Eisflächen kämpft, die ganze Zeit hin und her rutscht, sich nicht vernünftig bewegen kann. Also ich find's mega ätzend, mir hat der Boss gar keinen Spaß gemacht. Aber ja, gut, manchmal ist das so. Ist natürlich auch nur eine persönliche Meinung von mir. Kann jeder gerne anders sehen. Aber ja, ich bin nicht unbedingt scharf darauf, den Boss jetzt noch ein halbes Jahr lang wöchentlich einmal spielen zu müssen. Ihr seht's hier am Ende, der Schaden wird natürlich mit, ja je höher hier der Debuff ist, desto stärker wird natürlich der Schaden. Hier müssen dann die Heiler entsprechend auch gerade am Ende richtig gut reinpumpen. Diese Zone hier kann man aufgrund dieses erhöhten Schaden-Debuffs schon gar nicht mehr soaken. Da also auch entsprechend dann obachten. Und ja, ich sag's nochmal und zeig's auch gerne nochmal. Umso wichtiger ist, gerade für den späteren Kampferlauf, dass ihr, na jetzt sieht man's natürlich gerade nicht, dass ihr in der Mitte diese, ja, freie Bahn habt. Ach, ich hab zurückgespult versehentlich. Das ist natürlich unglücklich. So, dass man hier in der Mitte diese freie Bahn hat. Um halt hier, ja, beim Knockback entsprechend nicht von der Plattform zu fliegen. Oder vor allem auch, um nicht hier in diese kleinen Zonen hineingenockt zu werden. Das ist nämlich auf jeden Fall gerade jetzt ab dem Punkt hier elf Stacks oder auch schon weit davor tödlich. Das kann man am Anfang einmal machen. Aber ja, bereits danach geht es dann nicht mehr. Ja, ihr seht's hier, der ganze Rage stirbt auch langsam jetzt nach und nach weg. 13 Stacks ist ja schon fast way too much. Aber der Boss auf 1% wird jetzt noch ein bisschen runtergezerkt. Und ja, dann ist im Endeffekt auch schon der Kampf gewonnen. Ja, das ist wie gesagt alles. Also, viel zu erklären, wie auch bei den anderen Bossen davor, gab's jetzt in dem Sinne nicht. Das ist wie gesagt der Schaden, der signifikant höher ist. Und einfach, dass man auf diesen Schneeflächen bei den Aufstiegen auf den Treppen auf jeden Fall einen Gateway stehen haben sollte. Das sind so die wichtigsten Parameter. Ja, wenn ihr das entsprechend handelt, dann solltet ihr auch diesen Boss relativ zeitnah legen können. Ja, wie immer der Aufruf an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Follow da. Twitch, YouTube, at MagicWL. Joid doch gerne meinen Discord. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und bye. Bye.